Mein Name ist Carmen Stinker und ich habe jetzt diese sieben Tage Programm gemacht. Was hat dir gefahren bis jetzt? Die Menschen. Was hast du gefunden, was du gesucht hast und was du hier gefunden hast? Ich weiß gar nicht, was ich gesucht habe. Das Problem ist, also ich habe einfach gedacht, ich probiere es mal aus. Weil es so schwierig ist gerade, wenn ich gedacht habe, eigentlich ist das meine letzte Chance. Und wie fühlst du dich jetzt im Vergleich mit vorher? Im Moment nicht gut. Aber es hat niemand etwas falsch gemacht. Und nicht gut da? Weil ich so traurig bin. Und die Trauer ist gekommen während die sieben Tage? Ja. Sachen sind nach oben gekommen, die schon versteckt waren, die schon tief in dir waren. Wir waren gar nicht so weit unten. Ich habe das oft, dass ich einfach ein paar Tage wein hatte. Okay. Ich habe das vorhin gedacht, das hatte ich schon als Kind. Hast du das Gefühl, da ist etwas gelöst? Die sieben Tage? Etwas Erkenntnisse für dich? Bestimmt. Also ich habe viel gelernt. Und was mich ganz beeindruckt, ich habe heute zweimal einen ganz heißen Rücken gekriegt und ich weiß nicht, wer das war. Wer war das? Okay. Sonst noch etwas gespült in der Meditation? Immer ganz viel. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob es gelungen ist, aber ich weiß jetzt, wie ich es zukünftig besser machen kann. Okay. Ich weiß, dass ich einen Kopfhörer brauche, weil es einfach kauter sein muss. Okay. Okay. Etwas, was du erzählen willst zu der Welt? Eine Botschaft von dir? Ein Tipp, die du mitgeben willst zu anderen? Ich hoffe jetzt aus. Ich hoffe jetzt aus. Ich hoffe jetzt. Ohne ist das. Ohne ist das auf. Ohne ist das immer ganz gut.